Herzlich Willkommen zu 5 gruselige Internetvideos. Ich habe mich gestern Nacht wieder auf die Suche gemacht und einfach mal ein paar gruselige Internetvideos rausgesucht und die möchte ich euch zeigen. Als kleiner Tipp vorweg, das nachts rauszusuchen war eine dumme Idee. Also, alle Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß! Platz 5 Elisa Lam Zu Beginn ein Video, das vermutlich schon viele von euch kennen werden. Aber für die, die es nicht kennen, erkläre ich es noch einmal kurz, da dieses Video unbedingt in dieser Liste sein muss. Dieses Video handelt von einer asiatischen Studentin mit dem Namen Elisa Lam. Sie war eine exzellente Schülerin und hatte nie etwas mit Drogen oder Alkohol oder sonstigem zu tun. Genau deshalb wirft dieses Video von ihr so viele Fragen auf. Zu sehen ist Elisa Lam in einem Fahrstuhl und sie scheint sich vor irgendetwas zu verstecken. Sie guckt panisch um sich und macht sich im Fahrstuhl klein, klickt wahllos irgendwelche Knöpfe, um vor irgendetwas zu entkommen. Wovor sie aber versucht zu entkommen, ist nicht zu erkennen. Man sieht niemanden außer ihr in diesen Videos, gehen nicht mehr Leute am Fahrstuhl vorbei. Das extrem seltsame ist zudem, dass sie auf einmal, als das Video kurz vorm Ende ist, komplett ruhig und gelassen aus dem Fahrstuhl rausgeht. So als wäre nichts gewesen. Viele würden jetzt denken, entweder hat sie doch irgendwas genommen oder sie hat sich einfach einen Spaß erlaubt. Doch das extrem seltsame ist zudem, dass sie Tage später auf dem Dach des Hotels, wo sie im Fahrstuhl war, gefunden wurde. Sie trieb seit mehreren Tagen tot in einem Wassertank. Bis heute weiß man nicht, was mit Elisa Lam passiert ist. Sicher ist nur, dass sie keinen Alkoholintus hatte und auch keine Drogen in ihrem Körper gefunden wurden. Auch psychische Erkrankungen waren nicht bekannt. Dieser Fall ist ein Rätsel, besonders wenn man sich fragt, wer oder was Elisa Lam da in den Fahrstuhl verfolgt hat. Nummer 4 The Swedish Rhapsody Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe keine Ahnung. The Swedish Rhapsody ist eine Frequenz, die Radiotürme empfangen haben. Zu hören ist eine seltsam, kindlich verspielt wirkende Musik. So wie sie von einem Kindermobile gespielt wird oder so. Diese Musik spielt eine ganze Zeit und plötzlich wird sie unterbrochen von einem kleinen deutschen Mädchen, welches immer wieder 1 bis 9 oder 10 zählt. Sie macht dabei bei 5 eine Pause und zählt dann weiter. Sobald sie zu Ende gezählt hat, kommt erneut gruselige Musik und dann eine weitere Zahlenreihenfolge. Hier für euch einmal zum Reinhören. Musik Die Musik spielt immer weiter. Und dieses Signal ist von Zeit zu Zeit in der gesamten Welt empfangbar und kann angehört werden. In Deutschland gibt es keine Aufzeichnung, was es mit dieser Frequenz auf sich hat. Es konnte auch bis heute kein Ursprung gefunden werden. Und woher diese Tonspur kommt, von dem sie ist oder aus welchem Grund es sie gibt, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass, wenn man sie hört, es einfach extrem seltsam und gruselig ist. 3. Aus dem Bett gezogen Ich persönlich bin seit meiner Kindheit ein riesiger Fan von Geister-Videos auf YouTube. Egal ob Fake oder nicht, sie sind extrem gruselig und natürlich sind mit Abstand die gruseligsten die, wo eben nicht bekannt ist, ob es ein Fake ist oder nicht, was auch noch später kommen wird. Doch nun zu diesem Video. Zu sehen ist ein kleines Mädchen im Pyjama in ihrem Bett. Alles scheint komplett normal zu sein und es taucht ein Schriftzug auf, wo steht, hast du Angst vor Geistern. Und genau auf den Punkt wird auf einmal das kleine Mädchen an ihrem Bein aus dem Bett gezogen und über den Boden geschliffen. Sie versucht sich festzuhalten, schreit, weint, ruft nach ihrem Vater, doch sie wird einfach aus dem Bild in den Flur geschliffen. Man hört sie weiter schreien und plötzlich schlägt die Tür zu und alles ist ruhig. Auch wenn es vermutlich ein Fake ist, dieses Video ist ein extrem seltsames Video und verbreitet ein extrem unangenehmes Gefühl und macht Gänsehaut. Besonders da es trotzdem Spekulationen gibt, dass dieses Mädchen hier nach tatsächlich für immer verschwunden sein soll und es eine Suche nach diesem Mädchen gibt. Ob das wahr ist, ist allerdings nicht bekannt. Baby and the Gnome Neben Geistern gibt es auch viele andere Wesen, die seit Jahren den Menschen auf YouTube Angst einjagen. So zum Beispiel auch Gnome. Also kleine Wesen, die manchmal auch menschenähnlich aussehen und unbemerkt in Häusern leben. Es gibt häufig vermeintliche Beweisvideos und sogar Fälle, in denen ein ganzes Dorf ein Kobold gesehen haben soll und dieser Kobold mehrmals in jedem Haus aufgetaucht ist. Doch dieses Video, was ich jetzt für euch verlinkt habe, gilt als eines der größten Beweisvideos, da nicht herausgefunden werden konnte, ob es ein Fake ist, weil es einfach so unglaublich real wirkt. Alles wurde untersucht, doch auch Experten konnten nichts herausfinden. Zu sehen ist in dem Video ein kleines Kind, das auf dem Boden sitzt und scheinbar vom eigenen Vater gefilmt wird mit einer eher weniger guten Kamera. Doch von der einen auf der anderen Sekunde, wo alles normal wirkt, läuft hinter diesem Kind auf einmal ein winziger Gnom vorbei und verschwindet danach wieder. Der Vater beginnt natürlich sofort zu schreien, weil er sich erschrocken hat und sucht diesen Gnom, doch der ist auf einmal verschwunden. Auch wenn viele sagen würden, dass es Fake ist, ist die Vorstellung, dass ein solches Wesen in seiner Wohnung lebt, extrem gruselig und deswegen finde ich auch, dass dieses Video unbedingt in die Liste gehört, weil es mir auch Angst angejagt hat. Gut, der erste Platz geht dann Girl Ghost. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll oder ob ich einfach nur extrem ängstlich bin, aber dieses Video hat mir einfach eine höllische Angst eingejagt, als ich es mir das erste Mal angesehen habe. Und auch wenn ich es jetzt gucke, habe ich immer noch Angst und pausiere manchmal das Video. Zu sehen ist, wie ein Mann seine Freundin oder Tochter filmt. Und plötzlich taucht im Türrahmen hinter ihr der Kopf einer Frau auf. Dieser Geisterkopf bemerkt, dass er gesehen wurde und verschwindet sofort wieder. Doch der Vater läuft sofort hinterher und so sieht man für kurze Zeit, dass dieser Geist noch sichtbar ist. Dieses Video besteht hauptsächlich aus dieser Szene, denn danach rennt der Vater mit seiner Tochter aus dem Haus und beobachtet das Haus von außen. Dieses Video ist einfach so besonders gruselig, da der Macher noch zwei weitere, wenige sekundenlange Videos auf seinem Kanal hat, auf den er Nahaufnahmen dieses Wesens zeigt. Alles wirkt unglaublich real, auch die Reaktion des Mädchens, das eigentlich nur gefilmt wurde. Ich empfehle euch unbedingt dieses Video anzusehen und ich kann euch sagen, mich hat es extrem erschreckt. Also, das waren fünf gruselige Internetvideos, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Aber Quality. Bios, Ein a